stelle es ist zu still du ist warum ich bin am craften meine fresse trotzdem ist es grundsätzlich zu still mir fällt nix ein es ist auch ein let's fail es ist kein let's labert deine abonnenten voll bis ich irgendwann sterbe dachte ich eigentlich aber auch aber auch aber ich habe aber 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 ich habe aber 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 auch aber 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 auch aber aber auch aber aber was ganz sinnvolles WhatsApp war es ganz sinnvoll dass die soxylisten übernehmen sollen aber das war keine Frage Agilistik, expirale, geht dich, so. Also es wird ja schon wieder dunkel. Nee, ich fühl mich gearscht, ja, verarscht. Nein, so wollte ich die Treppe nicht platzieren. Obwohl, vielleicht bin ich sogar wirklich... Verdammt, Lüge. Boah. Böse. Äh, ja. Treppenstufen, Treppenstufen. Einer nach der... Äh, ich bin runtergefallen. Genau beim letzten. Egal, ich brauch sowieso mehr Kabel. Kabel, Kabel, Kabel. Kabel zu mir. Ich muss mal was trinken. Das Problem ist, meine Flasche steht irgendwo hin. Oh, wie geil. Apropos trinken, ich hab hier immer noch mein Glas Milch stehen, was ich immer noch nicht zu Ende getrunken hab. Wenn ich so weitermache, hab ich gleich Butter. Sie ist ne ganz harte. Warte mal, ich bin mal ganz... Ja, ich trink gleich But... Äh, das schmeckt jetzt schon wie Butter. Ich bin mal ganz kurz Alp-Kai-Schon. Okay, ich versuch die Leute zu unterhalten. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber... Einfach mit 14 Geräuschen und Bupi-Geräuschen. In... Oh, d'or. Hure, d'or. Hier hast du sie an ihm... Was? Hier hast du sie an ihm... Indem ich gewartet habe, dass du wiederkommst. Weil du auch nicht unbedingt... lange gebraucht hast oder so. Hast du eigentlich meine scheiße Haufen SMS bekommen? Äh, nope. Jetzt hat die irgendwer anders bekommen. Das wär's noch. Oder an deine alte Handynummer. Mein Handy macht dir, was es will. Das kann sein, aber mein Haltes. Mein altes Handy ist aus... Ach ja, ich würde das sowieso noch anmachen wegen der Datei, wegen dem langen, langen, langen Namen. Warte, ich mach jetzt mal an. Alter, ich hab mein Handy auseinandergenommen. Super, Moment. Ich muss es zusammenfrickeln. Warum hab ich es auseinandergenommen? Ich weiß es nicht. Weil ich es kann. Ich find die Rückseite nicht. Egal. Solange der Akku drin bleibt, ist alles in Ordnung. Jetzt hab ich ein Handy ohne Rückseite. Und Oreos! Und ich hab schon wieder so epische, silberne Verpackungen von den Oreos gehabt. Weil ich es kann. Ich krieg immer die silbernen Oreos, weil ich cool bin. Steht die Sonne oben. Don't look at this Handy. Menü. Menü. Eigene Dateien. Ach, nein. Akku fast leer. Bilder. Nein, keine Bilder. Zurück. Ende des Verlaufs. Was mich hier weg. Ich suche. Willkommen in oder willkommen bei Louis. Willkommen in Louis' Kleines Lagerhaus, oder? Äh, im. Okay, warte. Falsche Datei. Äh, dann zurück. Dann war es die Datei. Ja, okay. Reinzoomen. Jetzt bin ich das Reinzoomen von dem Kacketeil nicht mehr gewöhnt, weil ich das iPhone jetzt habe. Darf ich mich auch mal über die Datei bewegen? Danke. Okay, ich warte. Ich muss es noch weiter scrollen. Warum dauert das so langsam? So, noch ein bisschen größer. Warum dauert das nur so langsam? Warum dauert das so langsam? So, ich lese vor. Robin, Berthold, Mario, Marcel, Philipp, Walter. Uah, ich habe reingesucht. Nein. Ich wollte eigentlich nur verhindern, dass mein Handy ausgeht. Oh. Moment, ich kriege das noch hin. Ich suche einfach mein Kacklager. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann auch einfach meine Karte nehmen und die an PC anschließen. Das wäre auch noch eine Methode. So, jetzt aber. Robin, Berthold, Mario, Marcel. Nein, kacken, die mobben mich doch nicht so. Ich kriege das noch heute hin. Äh, ja. Du hast noch 23 Stunden 25 Minuten Zeit. Wenn meine Festplatte überhaupt noch so leer ist. So. Robin, Berthold, Mario, Marcel, Philipp, Walter, Richard, Horst, Günther, Dominik, Karl, Carsten, Konrad, Kurt, Klaus, Peter, Reinhold, Eckhardt, Joshua, Dietz, und die sind die Dietrich, Detlef, Jochen, Wolfgang, Felix, Hugo, Manfred, Nowak, von und zu Schinkenwurst. Genau so heißt er natürlich auch in echt. Ich werde jetzt furzen, doch ich glaube, ich werde die Aufnahme versauen. Ach, Quatsch. Ups. Ups, was hast du gemacht? Boah, ne Gaskammer, Alter. Wo, 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 spinne richtig ab. Ist das hier angekommen? Natürlich. Per schnell, per Express-Post. Per Flugpost. Ja. Ne, hier hatte gerade die Spinnen aus, Raster. Häh, häh, häh. Nein, die war nur hyperaktiv. Alter, so viele Leder hatte ich aber noch gar nicht. Von 46 auf 54. Geht eigentlich noch. Hopp, 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 hopp. Warum sammle ich erst immer so ganz wenig Kekse? Äh, Kekse, sage ich schon. Steine und dann verziehe ich mich wieder. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen mehr sammeln und dann hochgehen. Dann habe ich auch nicht diese ganze Rennerei hier. Na ja, wenn wir was ruhiger sind, könnte er derweil die Musik, die wir hören, genießen oder verabscheuen. Je nachdem. Louis! Lebst du noch oder hast du dich jetzt vergast? Jetzt aber. Ich habe gerade so heftig einen knattern lassen, Alter. Ich habe nichts gehört. Gut. Ich weiß nur nicht, ob man es in der Aufnahme hört. Ich hoffe nicht. Also ich habe es zumindest gerade nicht gehört wegen meiner Musik. Hm, nee. Das wäre sehr suspekt, wenn das auf einmal durch das Mikrofon durchgeht. Hallo, Spinny. Hiya. Brot und Samen. Nee. Doch. Wolle. Werkzeug. Essen. Jam, 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 jam. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Sonst komme ich rüber und furz dich an. Nee, danke. Wenn ich mal eben so, ne? Mal eben so rüberkommen. Du, du kennst mich. Ja, trotzdem nicht mal eben so. Das dauert dann schon noch ein Weilchen. Schulz. Gesundheit. Nur weil es eine Failaufnahme ist, muss das nicht heißen, dass du dich jetzt aufführen kannst, dir das letzte Schwein. Ich bin kein Schwein, ich bin dein Mann. Oink. Möpse. Oink. Ich muss mich gerade irgendwie wach halten. Äh, bin ich so langweilig. Nein, aber Kombination Minecraft und System of a Down macht mich gerade mega müde. Warum das? Weil ich ruhigen Metal gerade anhab von System of a Down. Kein Squee. Boah, dann mach, dann mach Squee Mo an. Dann bleibst du wenigstens wach. Ich brauche Sand für Glas. Wo kriege ich denn jetzt Sand hier? Ich finde keinen. Ich sehe keinen Sand. Hm. Ich habe nur noch sechs Sandsteine. Ich habe acht Sandsteine, dann einen so einen komischen Sandsteine. Cheese Sails, Sandstone. Und Sand. Acht Stück. Den ich jetzt auch direkt verbraten werde. Höhöh, das hat er von Gronke geklaut. Hä? Wischte ich nicht. Wenn du es bei mir durchliest, verstehst du es. Hä, was durchliest? Meine Schilder in meinem Lagerhaus. Oh, wahrscheinlich Gravel. Ja. Oh nein. So gut wie jeder Zweite, die ich kenne, nennt das ganze Gravel. Das ist nichts Besonderes mehr. WTF, warum hast du Bäume auf deinem... Damit ich dunkles Holz habe? Das sieht ja mega schwuchtig aus. Das ist nur zum Farmen da. Wo bohrst du dich gerade durch? Ich suche nach Cobblestone für mein Dach. Also noch ein bisschen tiefer und du bist bei mir im Wohnzimmer. Nein. Verdammt, ich habe mich verbaut. Nein. Alter, diese... Nein, ich sage es nicht, Geräusche. Die regen mich voll auf mit dem Sand. Ja, genau diese Geräusche. Die etwa? Ja. Die, der Sand die ganze Zeit von sich gibt. Oho, der Sand ist scharf auf dich. Natürlich ist er das. Ach, verdammt, jetzt habe ich die Seite vergessen. Der will ganz viele Sandkörner mit dir machen. Ja. Themawechsel bitte. Einfach bei mir die Schilder vor meinem kleinen Lagerhaus lesen. Und da kommst du auf andere Gedanken. Nee, auf andere Gedanken kommen muss ich nicht, aber ich will ein Themawechsel. Willkommen. Ähm, ja, na klar, Luis. Er hat Kommen gesagt. Drei, zwei, zwei, eins. Und Pornos. Und Pornos. Pornos. Hast du Kondome und Pornos? Nö, ich gehe fliehen. Wenn ich dich runter von meinem Rasen. Nein, das darf nur... T-t-t. Troll machen. T-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Keine Ahnung Ich weiß nur, ich soll ich Wenn ich das Falsche gesagt habe, dann pieps ich es raus Was? Nein, nicht das Das andere, der Name Wenn du wissen, was ich meine Nein, ich bin kein verrückter Checker Ich baue mir mal Steinstübchen Tu das So viel Stein sollte man schon haben Willst du auch welche? Ich will hier nur gerade irgendwie einen Ausweg finden Es gibt keinen Ausweg, du bist bei mir in einem Let's Play Doch, ich finde einen Es gibt keinen Ausweg Suizid, ja Den Ausweg habe ich eigentlich nicht gemeint Fuck, die sind zu niedrig Ich habe gerade ein Problem, ich komme nicht aus meinem Schlafzimmer raus Sehr gut Aber warte, du kannst mir jetzt helfen Dadurch, dass du nicht aus deinem Schlaf Schlafzimmer rauskommst Meine Spitzhack ist im Eimer und ich muss hier erstmal irgendwie wieder hochkommen Boddel dich mal bitte zu mir Weil das ist dann der direkteste Weg Also am besten auf deiner Höhe bleiben Auf deiner Höhe bleiben aber zu mir, Boddel So, Alter Ja, richtig, richtig Hi Ich finde das cool, dass man andere Leute sehen kann, wenn sie was abbauen So, dann bösele ich gleich den Weg hier aus Ja, bitte Du kannst hier deinen Eingang machen Ja, ja, genau, wollte ich gerade sagen Kannst du so lassen, kannst du so lassen, kannst du so lassen Ja, genau, kannst du so lassen, kannst du so lassen